und damit hallo meine Pukefreunde und Pukenenten willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal wir spielen Mutant Mats Deluxe alle am schillen bisschen spielen Oh ein Meteorit juckt den nicht und wir spielen diesen kleinen Jungen hier wer hat's gedacht es gibt hier voll ähm also es gibt hier wirklich nur Mats Gegner alles ist alle Gegner sind Dreck und so unser unser Helfer ist unsere Wassermaschine oder ist das vielleicht so ne Wassersch-gang so ne wie beim Schwimmbad so ne Wassergang keine Ahnung Springen ich weiß nicht wie der Typ hier heißt den wir spielen deshalb kann ich einfach keinen Namen nennen aber er hat ne Ähnlichkeit mit mir aber nur mit der Frisur weil manchmal habe ich etwas richtig hässlichen Letzchen oder wer hat das nicht vor allem morgens morgens sind meine Haare so richtig verpuschelt jetzt rede ich über Haare obwohl ich ein Shooter-Spiel spiele ja bam so und ich werde auch direkt danach die zweite Folge aufnehmen oh jetzt habe ich Frame Einbrüche oh nein was ist hier oh ok jetzt gehts was war da oh was ist das denn gewesen einfach oh 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 was ist los das Spiel lag das Spiel hat Frame Einbrüche was ist hier los was ist das denn oh mein Gott was ist geschehen oh wir müssen mich entschuldigen für die Framboche für die kann ich nicht oder vielleicht doch ach hier gehts weiter ok oh scheiße jetzt wurde ich getroffen ist er tot? er ist tot oh nein ist er nicht oh scheiße wir sterben oh 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 Gott nein checkpoint ok ganz langsam ran tasten ok ziel ziel aber die Musik ist wieder aber schön wieso sage ich das eigentlich noch ich meine die Musik in dem ganzen Spiel ist schön als ob es ein Nintendo Spiel wäre aber ist es sogar gar nicht Respekt 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 so und du gehst mal weg hier tschö die geht einfach mal so jetzt sind wir im Vordergrund ne wir sind im normalen Grund genau wir sind im normalen Grund ok ok erklärt mir mal die Bedeutung vom normalen Grund und Schatz kein Hintergrund kein Vordergrund der normale Grund ja das ergibt so viel Sinn ich weiß ich habe auch mal ein bisschen recherchiert und ich glaube dass der dieser Typ hier Max heißt ich bin mir aber nicht ganz so sicher also ich bin mir nicht hundertprozent sicher ich habe auch mal ein bisschen recherchiert das ist das ist das ist das ist das ist wie ich habe auch noch To die und ich glaube dass dieser Typ hier Max heißt ich bin mir aber nicht ganz so sicher das ist mir auch egal obwohl ich fast tot bin scheiße ich habe ein Leben ich will jetzt nicht sterben ne ich will jetzt nicht sterben nicht sterben alter alter nur ganz schnell nach oben du stirbst was war das denn jetzt eben nein nein scheiße das Level noch schon wieder die Level 1 Musik die ist am geilsten für dich die habe ich ja auch immer im Auto ja dann lass mich halt nicht ausreden ist okay weil ich momentan kein Intro und kein Auto habe und das ist nicht dein Ernst alter das ist ich hab das ausgesinnt verlassen sorry sorry ja ja komm bring mich um bring mich um danke was ist jetzt los ist groß ein ganz normales Level und ich verkacke hier so oft so was war da jetzt ganz schwierig genau nichts oh Mann der immer so 97 haben wir jetzt ich hoffe das reicht ja das reicht oh nein geh doch da jetzt auch auf ey der ist so doof ne ich sag's euch ab jetzt werden die Level nämlich auch schwer so was haben wir da oben da können wir nicht hin okay dann gehen wir hier lang äh zack nein scheiße scheiße gesterben nein wo war der Checkpoint wo war der Checkpoint nein oder nein oh Gott jetzt geht verpiss dich so jetzt muss ich das ganze neu machen okay da will ich hin da sind bestimmt das ist vielleicht so ein oh Gott hat dieses Geheimdienst neuerlich wie gerade sehen habe ich gerade eben Prozent die Döcke seit dem Weg auch nicht mehr dieses scheiß die Kloppen wie ich die hasse meinen vor allem mit einem Leben kein Checkpoint in Sicht hohen neun 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 das war klar das war klar und wie sie sehen sehen sie nix haha boah yeah boy yeah boy und wenn ich jetzt hier sterbe dann weine ich dann weine ich im Video seriously dann weine ich also mag es nicht drauf hin provoziert es nicht drauf hin fangard ich bin durch weil die Passage kenne ich und die ist richtig ähm wie sage ich das ähm freundlich es triggert mich sehr ja diese Passage und das ist eine meiner Hasswelten dann rei Mann kommen Treff ihn oh mein Gott boah ich bin noch mal 10 achso die Sponder immer wieder zu hallo das wird wenn ihr kommt vor 3 2 1 zack geht doch und ich glaube ich werde sterben na mal schauen wir dürfen aber nicht dran glauben wir dürfen nicht glauben dass wir sterben dann funktioniert es ha 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 jo lauf ihn in die Beine ich gebe mir immer Mühe bei den Videos ach ne sollt ihr ist es euer ernst oh mein gündnis das ist ziel nein ha 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 ich hab's gewusst Leute ich hab's ver- kackt nochmal gewusst ey oder nicht und ich habe jetzt Angst dass ich sterbe weil ich dann alles neu machen muss hoffen wir es nicht wo benötigt geht 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 neun 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 aaa jetzt kann ich mich noch treffen na ooooh ok ok jetzt kann ich mich nicht treffen lassen nooo au das ist nicht dein Ernst ha 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 scheiße also ja fast so toll wie die bühne der Kulia leider nein oh Gott leute jetzt jetzt bin ich fählen diesen kurzen kleinen Miniläten dort sind so schnell fertig wie wohl und jedes habe ich jetzt nicht mehr gut und und ich FF und das muss das mit einiges bedeuten als ob ja okay das Spiel nicht tun das Spiel aber ich will es nicht mit ja auch mal jetzt läuft es schlecht welches getroffen werden ist kein Wunder die Städte er ist dort aber trotzdem nur so hat es nicht nicht mehr was 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 ich glaube ich bin tot ich habe da gerade gesehen da war noch Laser hätte ich mich auch sofort gerade schon der vierte Aufnahmeversuch so gefühlt oder ist halt ich bin ein bisschen nie als Mikrofon vielleicht hat man das auch schon das meine Stimme ein bisschen ist das denn ernst jetzt bitte gern quitten aber ist ja mein ganzer Vorschrift Fortschritte weg und dann hab ich gemocht hier jetzt im Echo wow okay okay fragt mich nicht wie ich das jetzt hier gemacht hab oder überhaupt überlebt hab aber ich hab's und bin Babu ich hab' keine Ahnung ich hab' mir gedacht ich hab' mir gedacht ich hab' mir gedacht nein 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 das ist nicht dein Ernst oh my das hab' ich falsch gemacht und das sind wir diejenigen die die jetzt werde ich gern jetzt werde ich gern ich sag's euch Leute jetzt werden ich gern wo noch nicht ihr solltet sie gemein wenn man so springt äh landet mal in den Teilen und dann so nein ich hab's gewusst ich hätte mich treffen lassen ich tue so ein Trottel danke so wie ich hab' mach' ich das jetzt wie mach' ich das jetzt oh mein Gott ich bin noch nicht durchgekommen oh mein Gott das ist jetzt nicht dein Ernst can't kill me can't see me John Cena ja aber jetzt hab ich keine andere Wahl von da her komm komm NIEIN 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 ich weiß nicht was es war frag mit mich was es gerade war NIEIN NIEIN oooooooooooo NIEIN da war das Ziel NIEIN 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 der St heute wir müssen wir müssen uns genau das ist das gleiche das ist andersrum ist das erste Grund nach oben gelassen wird er schon von oben nach unten die ein bisschen gleich schwierig meiner Meinung nach also wenn das jetzt nicht gekommen wäre ich schwöre ich werde so ausgelöstet haben das kann ich halt nicht genau sagen irgendwie man kann hier nicht richtig spielen weil es so das ist nervig zack, geht weg macht mir die Tür mir wird schwindelig ich schwöre das nervvoll ich schwöre mir wird schwindelig wenn ich das habe die ganze Zeit ich will das ist nicht gesund für meine Augen oder für mich selbst außerdem dort an Bord alles wackelt es geht um das einstürzenden spiele so ich kann das nicht haben wahrscheinlich ist es einfach nur Lava die wollen es halt so die sagen dass es dazu passt zu der Welt und Level und Evo es ist aber irgendwie nur Dielko wie die Gegend die auch dann dann oder ich kann mich jetzt ja doch in der Reichweiten Stuttgart und aber das Checkpoint! Jetzt muss ich diesen dummen Sprung wieder machen! Ja, ganz toll! Super! Ja! Ganz toll! Ganz toll! Nein, ist es nicht? Jo! Jo, genau! What? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Okay! Bitte nicht auf ne Bombe auf mich! Bitte nicht auf ne Bombe auf mich! Nein, ich hab's ausgem- Alter, okay, das ist gemein, das ist gemein! Dein Ernst? Ist das deren- Ernst? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein Ich habe es gesehen. Na! Alive! Untertitelung. BR 2018